Die Wachspolitur verleiht den Lack, Carbon, Chrom und Kunststoffoberflächen Ihres Motorrades einen strahlenden Glanz. Versichern Sie sich, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und trocken ist. Sprühen Sie aus einer Distanz von 10 bis 20 cm auf die gewünschte Fläche. Lassen Sie das Mittel kurz einwirken, bevor Sie die Stelle mit einem sauberen, weichen Tuch polieren. Die Formel enthält eine Mischung aus Karnauberwachs, eines der härtesten natürlichen Wachse, sowie Bienenwachs. Es ist sehr wasserabweisend, sodass Feuchtigkeit von der Lackierung abherlt und ein perfektes Finish länger erhält. Die Wachspolitur scheuert nicht, hinterlässt keine Streifen und erzeugt ein lang anhaltendes Politurergebnis.